Die Erde ist so laut. Ich kann nicht leben mit der Erde. Ich fliege in eine andere Galaxie. Wir müssen den Außerirdischen verfolgen. Ja, es ist sehr selten, wenn wir uns da ins Labor stecken und darüber forschen. Ich verstecke mich jetzt hinter dem Planet. Zum Glück haben mich die Menschen nicht gesehen. Ich werde die Welt übernehmen. Dann werde ich die Menschen vernichten und nichts wird mehr von ihnen übrig bleiben. Ich werde die Welt übernehmen. Ich werde die Welt übernehmen. Ich werde die Welt übernehmen. Ich wurde die Welt übernehmen. Ich werde mich übernehmen und übernehmen. Ich kommt davon zurück. Ich werde deinateralen wachsen. Vielen Dank.